Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video soll es mal wieder um etwas anderes gehen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte gerne ein neues Format auf meinem Kanal machen. Und dieses Format soll einfach schlichtweg und einfach heißen I like. Und in diesem Format soll es um alles, prinzipiell natürlich erstmal rund um das Thema Bücher gehen. Also ich möchte mir gerne verschiedene Sachen aus der Bücherwelt aufgreifen. Zum Beispiel soll es um Autoren gehen, die ich mag. Oder bestimmte Genres, die ich mag. Oder bestimmte Charaktere, die ich mag. Oder Cover, die ich mag. Also da kann man ja eine ganz, ganz weite Breite sich raussuchen und sich immer ein Thema nehmen und das aufgreifen. Und darüber einfach kurz was erzählen, wieso, weshalb, warum man das toll findet. Und ich fand die Idee wirklich einfach ganz, ganz cool, weil es einfach mal was anderes ist. Und mir die Möglichkeit gibt, nicht immer nur so über die Standardsachen zu erzählen, wie ich habe das Buch gelesen und ich habe das Buch gelesen und hier ist der Tag und hier ist die Challenge. Sondern euch einfach näher bringen kann, was ich persönlich wirklich toll finde und was ich gut finde und warum ich das auch gut finde. Und euch vielleicht das Ganze ein Stückchen näher bringen kann damit und euch vielleicht auch neue Sachen vorstellen kann damit. Und ja, das ist so erstmal meine grobe Idee. Also es soll sich natürlich vorrangig um das Thema Bücher handeln. Es kann sich natürlich aber auch hierbei mal um was anderes handeln, weil ich sage mal, I like muss ich ja jetzt nicht nur um Bücher drehen. Es kann sich dabei natürlich auch mal um eine Serie vielleicht drehen oder Kino-Filme oder Rezepte von mir aus auch oder keine Ahnung was. Also da kann man ja wirklich sehr, sehr viel draus machen. Und ich habe mir einfach nur gedacht, wie gesagt, ich mache so ein kurzes Infovideo, was das Ganze denn hier eigentlich soll und warum, wieso, weshalb. Und natürlich möchte ich euch auch sagen, warum ich Bücher mag oder besser gesagt liebe. Also bei Büchern kann man ja wirklich schon von Liebe sprechen. Ich liebe Bücher, weil ich hier in eine andere Welt eintauchen kann. Ich bin während des Lesens ein anderer Mensch. Ich bin der Protagonist, in dem es um diesen Buch geht und ich erlebe ein Abenteuer. Ich erlebe eine Achterbahnfahrt der Gefühle in manchen Büchern. Ich lebe einfach viele Leben, wenn ich lese. Und das ist einfach das, was Lesen für mich ausmacht. Ich kann in eine Traumwelt eintauchen. Ich kann, wie gesagt, ein Leben leben, was es so für mich nicht geben würde. Und ich liebe es einfach zu lesen. Ich liebe es, die Geschichten der Protagonisten zu erleben. Und ich finde es ganz, ganz toll, was manche Leute sich einfach ausdenken, dass sie ihre Kreativität mit anderen teilen. Dass sie sagen, guckt mal, das habe ich geschrieben, das finde ich toll, das ist bei mir im Kopf entstanden und ich möchte euch das zeigen. Das finde ich einfach wirklich sehr, sehr cool. Und ich liebe es zu lesen, weil man einfach abtauchen kann. Man kann in den Alltag entfliehen. Man kann einfach mal ein anderer Mensch sein. Und das finde ich ganz, ganz toll und das ist der Grund, warum ich lese. Und ich liebe Bücher über alles. Ich liebe sogar den Geruch von Büchern. Es gibt Leute, die lieben den Geruch von der Tankstelle, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ich bin das einfach nur bäh. Und ich liebe den Geruch von Büchern. Es gibt nichts Besseres, als ein frisch eingeschweißtes Buch auszupacken und diesen Geruch in sich aufzusaugen. Haltet mich jetzt für krank, aber ich finde das total toll. Ich liebe es, wie Bücher riechen, wenn die neu sind. Das ist einfach so toll. Dann riecht diese Tinte und das Papier und ja, haltet mich für bekloppt, aber ich liebe diesen Geruch von Büchern. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn man Bücher verleiht und man kriegt die wieder und die riechen nach Rauch oder so. Finde ich abartig. Oder wenn man gebrauchte Bücher kauft und die riechen so nach Rauch. Finde ich genauso abartig. Ich liebe halt den Geruch von Büchern, da kann man dazu einfach nicht sagen, wenn ich mir viel bekloppt, aber es ist halt einfach so. Nein, aber ich muss auch sagen, ich bin immer noch ein Mensch, der lieber ein Buch in der Hand hat als ein E-Book. Auch wenn es wirklich umwelttechnisch gesehen mit den E-Books besser ist, als dass jetzt dafür noch 20.000 Bäume sterben müssen. Aber ich liebe es einfach, ein Buch in der Hand zu halten. Ich liebe es umzublättern. Ich liebe es, wie gesagt, daran auch zu riechen und es irgendwie in irgendeiner Position zu halten beim Lesen, bis dir der Arm einschläft. Oder ich liebe einfach Bücher. Und ich mag E-Books für zwischendurch, wenn man unterwegs ist, kann man das wirklich gut lesen. Wie gesagt, ich habe ja auch die Kindle-App auf dem Handy. Also wenn ich E-Books lese, dann im Prinzip ja über das Handy oder über das iPad. Aber es geht nichts über ein richtiges Buch. So, das war mein allererstes kurzes, was auch immer, Video zum Thema iLike. Es sollte eigentlich einfach nur ein Infovideo werden. Und da ich, wie gesagt, nicht wusste, wie ich das sonst nennen wollte, war einfach nur iLike irgendwie blöd. Habe ich es halt iLike-Books genannt und dachte, erzähle ich kurz, warum ich Bücher lese. Und ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Wie gesagt, dieses Video war jetzt absolut spontan und unvorbereitet. Bei den anderen Videos würde ich mich natürlich dann etwas vorbereiten, um euch dann auch entsprechende Sachen zu erzählen und zu präsentieren. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ihr da sagt, okay, das ist eine coole Idee. Oder ob ihr sagt, nö, was finde ich stimm. Brauchen wir nicht. Machen schon andere Formate. Will ich nicht sehen. Dann schreibt es mir das auch auf jeden Fall in die Kommentare, weil dann kann ich mir diese ganze Arbeit natürlich sparen. Aber ich denke, es ist eigentlich mal ein cooles Format und es ist einfach mal ein bisschen was Abwechslungsreiches, mal sowas zwischendurch mitzumachen. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle, wie wir fürs Gucken wundert euch nicht, dass ich hier mein Knie jetzt habe. Ich habe jetzt einfach mal das Bein hoch gemacht. Das wäre mir jetzt sonst eingeschlafen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.